Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn aller Welten und ich bezeuge, dass niemand mit Recht und Wahrheit angebetet werden darf, außer Allah, der Allmächtige. Und ich bezeuge, dass Muhammad, sallallahu alaihi wa sallama, sein Diener und Gesandter ist. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wir grüßen euch erstmal mit dem islamischen Gruß. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh an all unsere geliebten Geschwister. Möge Allah, sallallahu alaihi wa sallam, euch segnen, wo auch immer ihr seid und möge Allah, sallallahu alaihi wa sallam, eure Angelegenheiten erleichtern und euch von jedem Übel abwenden. Allahumma amin. Liebe Geschwister, der Anlass heute ist leider nicht so ein erfreulicher Anlass, aber dennoch ist es wichtig, dass wir auch über dieses Thema reden. Ich war ehrlich gesagt in Westdeutschland, bin heute erst wiedergekommen und auf der Fahrt sagte man mir, dass sich ein Erdbeben zugetragen hat in der Türkei. Aber mittlerweile habe ich gehört, dass das nicht nur in der Türkei war. Es gibt viele Nachrichten, die mich nicht erreichen, weil ich auch sehr, sehr viele Dinge zu tun habe. Aber mittlerweile habe ich gehört, dass es auch an den angrenzenden Gebieten zu Syrien, Libanon und anderen Ländern, also scheint ein heftiges Beben gewesen zu sein. Und dieses Erdbeben natürlich zieht viele Opfer mit sich. Also ich kenne nicht die genauen Zahlen und wie viel tatsächlich von den Ländern jetzt noch übrig ist, aber ich weiß nur so viel. Es war ein heftiges Beben, Allahu Akbar. Dieses Beben hat viele Leute obdachlos gemacht. Und dieses Beben wird noch natürlich Nachfolgen haben. Wir hören, dass es jetzt noch viele, viele Nachbeben gibt. Das ist normal, wenn es Erdbeben gibt, dann gibt es auch Nachbeben. Und all das sollten wir berücksichtigen, liebe Geschwister, und vorsichtig sein mit Opferzahlen, weil ich kenne das damals als in der Türkei. Ich weiß es nicht mehr. Ich habe leider ein sehr, sehr schlechtes Gedächtnis. Wie ihr wisst, 2000, 2001, das Riesen-Erdbeben, wo die Anfangszahlen erst mal von 200, 300 Todesopfern gesprochen wurde. Und zum Schluss waren es fast 200.000 Leute. Deswegen bin ich sehr, sehr vorsichtig. Ich habe auch aus diesem Ereignis gelernt. Liebe Geschwister, ob es jetzt so und so viele sind, die gestorben sind, Fakt ist, das ist nicht für uns das, was wirklich entscheidend ist, sondern wie wir unseren Geschwistern helfen können. Und ich möchte bieten, Allah Ta'ala, auch für unsere muslimischen Geschwistern und für auch die nicht muslimischen Zuschauer ein paar Worte sagen, die wichtig sind, damit wir auch verstehen, dass diese Angelegenheit nicht etwas ist, was immer nur zum Übel der Leute ist, wenn so etwas passiert. Weil viele Leute fragen sich, warum gibt es Kriege, warum gibt es Leid und manche Leute machen davon, also ich meine natürlich nicht die Muslime, aber andere, die machen davon ihren Glauben abhängig. Sagen wir zum Beispiel, wenn es Leid gibt, dann gibt es keinen Gott. Wenn es Kriege gibt, dann gibt es keinen Gott. Wenn es Erdbeben gibt, dann gibt es keinen Gott. Und wir wollen nur ein paar Worte, Inshallah Ta'ala, verlieren. Und wir haben oft diese Themen schon angesprochen, aber heute vielleicht nochmal eine Auffrischung, damit unsere Geschwister auch wissen, was bedeutet dieses aus der Sicht der islamischen Ideologie. Und zunächst einmal ist es wichtig für mich zu sagen, dass wir, liebe Geschwister, nicht nur dann helfen, wenn das unsere Leute sind. Leider, leider, leider. Und in all den Jahren habe ich das gemerkt, man hilft nur seinen Leuten. Wenn jetzt jemand in Libanon Verwandte hat, Bekannte hat, Familie hat, interessiert ihn nur, was in Libanon ist. Wenn jetzt jemand in Syrien Verwandte, Bekannte hat, interessiert ihn nur, was in Syrien passiert. Und in der Türkei und in anderen Ländern. Das ist nicht die Einstellung von einem Muslim. Ein Muslim ist nicht jemand, der nur auf seine Leute schaut. Sondern vielmehr ist der Muslim derjenige, der die gesamten Muslime als eine Oma sieht, die ein Körper sind. Und dieses hat uns der Prophet Mohammed, sallallahu alaihi wasallam, gesagt, in einer authentischen Überlieferung bei einem Muslim. Er sagte, Der Gesandte, sallallahu alaihi wasallam, sagte, die Gläubigen in ihrer Zuneigung. Also, wir reden über Gläubige. Und wenn du sagst, ich bin ein Gläubiger, dann höre genau zu, damit du auch weißt, wie du dich gegenüber deinen Geschwistern verhalten sollst. Die Gläubigen in ihrer Zuneigung, Barmherzigkeit und in ihrem Mitleid zueinander sind wie ein Körper. Sind was? Sind wie ein Körper. Wenn ein Teil von diesem Körper leidet, reagiert der ganze Körper mit Schlaflosigkeit und Fieber. Das bedeutet, der ganze Körper ist dann betroffen. Auch wenn es nur ein Teil von diesem Körper ist, der leidet, so hat das eine Konsequenz, eine Ursache auf den gesamten Körper. Und daher sollten wir verstehen, dass wir zusammenhalten müssen. Und Alhamdulillah, wer uns kennt oder wer uns nicht kennt, wir helfen gerne. Man muss nicht immer alles öffentlich machen. Und manchmal ist der der Initiator und der der Initiator. Es spielt auch keine Rolle hier, wer sozusagen die Organisation hat oder Sonstiges, sondern bei uns ist wichtig, dass wir helfen und dass wir einander helfen. Ob jetzt der mehr zum Vorschein kommt und mehr ins Rampenlicht rückt, das spielt überhaupt keine Rolle. Und wer an sowas denkt, ganz im Ernst, er soll an seinen Ikhlas zweifeln. Sondern vielmehr ist es wichtig für uns, dass wir helfen. Und helfen meine ich, egal wen. Ob das jetzt unsere Geschwister in Uiguren sind, wo ich auch schon viel darüber geredet habe. Ob das unsere Geschwister hier und dort sind. Überall brauchen wir Hilfe. Und wir können natürlich nicht überall helfen. Das ist klar, das muss man auch verstehen. Das verstehen viele Leute nicht. Aber zumindest, denk immer daran, wenn dir morgen was passiert, möchtest du nicht auch, dass dir geholfen wird. Und ich denke ja, deswegen helfe und du wirst sehen, Allah subhanahu wa ta'ala, er vergisst nichts. Sondern wenn du hilfst, dann wird dir auch geholfen werden. Aber das sollte trotzdem auch nicht unsere Motivation sein zu helfen, sondern unsere Motivation ist, dass wir für Allah azawajal helfen. ما نريد مينكم جزاء ولا شكورا Wir möchten von euch weder Lohn noch Dank. So sagt Allah azawajal, indem er über die gläubigen Diener berichtet. Es geht ihm nicht darum, dass die Leute ihm danken oder dass er hier oder dort einen Lohn bekommt. Sondern er sucht seinen Lohn nur bei Allah subhanahu wa ta'ala. Nicht bei den Menschen. Und daher ist es wichtig für uns, dass wir versuchen, unseren Geschwistern zu helfen, wer auch immer sie sind und wo auch immer sie sind. Ob wir jetzt sagen, ja wir sind Araber, warum sollen wir Türken helfen? Das ist nicht der Islam. Oder umgekehrt. Und wir kennen das, viele Herzen sind krank. Und diese Krankheit heißt Nationalstolz. Und davon machen sie die Hilfe abhängig. A'udhu billah, ich habe noch gehört, wie jemand sagte, es hat mich wirklich sehr getroffen, was er gesagt hat. Er sagte, ja, das sind sowieso die meisten Kurden in diesen Gebeten. Warum sollen wir helfen? Das ist unsere Realität, liebe Geschwister. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Selbst wenn jemand auch kein Muslim ist, so heißt es nicht, dass du ihm nicht helfen brauchst, sondern die Eigenschaft von einem Muslim ist, dass er hilft, dass er ein nützliches Mitglied der Gesellschaft ist. Aber natürlich, wenn es auch unsere Geschwister sind, dann umso mehr sollten wir uns anstrengen, dass wir diesen Leuten helfen. Warum? Damit sie auch, beidnallahu wa ta'ala, nicht mehr lange dieses Leid zu erfahren haben. Wir wollen im zweiten Teil ganz kurz darüber reden und ich will den gesamten Livestream nicht so lang machen, liebe Geschwister. Wir wollen im zweiten Teil, bevor wir über den dritten Teil reden, wie können wir helfen? Und an wen können wir zum Beispiel Geld spenden oder Sachspenden geben? Das alles haben wir auch für euch vorbereitet, beidnallahu wa ta'ala. Warum macht Allah dieses? Möchte Allah die Menschen einfach nur bestrafen? Ist Allah subhanahu wa ta'ala ein strafender Gott? Warum macht Allah azza wa jal das? Hören wir uns eine Ayah an, in Surat Arum, die Ayah 41, liebe Geschwister. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, Bereits Unheil, Unglück ist sowohl auf dem Meer, sowohl auf der Erde, auf dem Festland, als auch auf dem Meer sichtbar geworden. Wir sehen Katastrophen, Naturkatastrophen, wenn ihr es so haben wollt. Jetzt sagt Allah azza wa jal, بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِ النَّاسِ Für das, was die Hände derjenigen, die dieses Unheil erfahren, diesen Schicksalsschlag erfahren, für das, was ihre Hände vorausgeschickt haben. Das heißt, Sünden. لِيُذِّيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُ Damit Allah sie etwas von dem kosten lässt. Als Strafe, was sie gemacht haben. Und jetzt kommt die Weisheit von Allah azza wa jal. Am Ende der Ayah, in den letzten beiden Worten, höre mit mir. لَا عَلَّهُمْ يَرْجِعُوا Damit sie zurückkehren zum Weg. Allahu Akbar. Abu al-Bara, kannst du uns das Ganze nochmal erklären in der Ayah? Ja, Allah lässt manchmal Unglück geschehen auf dem Meer, auf dem Festland. Damit er diejenigen, die Sünder sind, die sich nicht an die Gebote Allahs halten, die sich nicht wie vorbildliche Diener verhalten, sondern im Gegenteil, den Kuffer praktizieren, den Unglauben und Ähnliches. Allah lässt sie die Strafe kosten oder nein? Ein Teil der Strafe. Warum? Höre zu. Damit sie zurückkehren. Subhanallah, mir wurde berichtet bei dem Erdbeben, als das passiert ist, hörte man Stimmen von Leuten, die haben gesagt, Ja Allah, wir glauben an dich. Helfe uns, wir glauben an dich. Schaut mal, ich will euch nur eine Sache sagen. Es gibt Leute, die kommen nicht von alleine zum Wege Allahs. Allah muss sie an der Nase ziehen, damit sie zu ihm kommen. Andernfalls fühlen sie sich unbedürftig. Er hat eine Arbeit, er hat eine Familie, er hat ein Auto. Alles läuft in seinem Leben. Also sagt er sich, warum muss ich jetzt unbedingt beten? Ich habe doch alles. Und das ist jemand, der leider nicht seinen Herrn Allah subhanahu wa ta'ala kennt, sondern er ist jemand, der erst eine Lektion braucht, damit er lernt, dass er Allah braucht. Jetzt die Leute, die auch ihr Hab und Gut verloren haben, die ihre Häuser verloren haben, die jetzt dieses Unglück erlitten haben, möge Allah subhanahu wa ta'ala allen Muslimen helfen, Ist es so, dass jeder von ihnen Allah rechtmäßig dient? Antwort, nein. Sondern manche beten kaum oder fast gar nicht. Sagt man, Abu'l-Bara, was hat das damit zu tun? Eine Menge. Weil Allah subhanahu wa ta'ala hat diese Erde nicht erschaffen, damit wir hier herumspielen. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, وَمَا خَلَقُنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا اللَّا عِبِينَ مَا خَلَقُنَاهُمَا إِلَّا بِالْحَقُّ Und wir haben doch die Himmel und die Erden und was dazwischen ist, nicht zum Spiel erschaffen. Harsche. Gepriesen sei Allah, dass man ihm so etwas zuschreibt. Sondern Allah sagt, höre, wir haben sie nicht erschaffen zum Spiel, sondern vielmehr haben wir sie in Wahrheit erschaffen. Das heißt, damit Allah gediebt wird. Allah bestimmt. Hast du die Himmel und die Erden erschaffen? Wenn ja, dann bestimm, was du willst. Aber wenn du es nicht warst und du warst es nicht, dann hat Allah derjenige, der diese erschaffen hat, auch das Alleinrecht, alleinige Recht zu bestimmen, was darauf gemacht werden soll. Und wir sollen uns so verhalten, wie Allah es von uns möchte. Aber Allah sieht, dass er uns Gnaden gibt, wie jetzt auch vielen Leuten, die Schicksalsschläge erleiden. Allah sieht, dass er ihnen die Gnade gibt. Gnaden, um Gnaden, aber sie sind so undankbar. Nein, noch mehr. Sie beten etwas anderes an als Allah. Sie danken jemand anderen außer Allah. Und sie sind Leute, wenn sie auch Allah bestätigen, so gibt es viele Nachlässigkeiten in ihrem Leben gegenüber Allah. Und sie sind den Sünden sehr, sehr hingezogen. Und all das mag Allah nicht. Warum? Weil er, subhanahu wa ta'ala, uns gesagt hat, wie unser Leben sein soll. Allah möchte nicht, dass wir das Leben derjenigen haben, die er in das Höllenfeuer hereinwerfen wird. Weil diese haben klare Eigenschaften. Wenn wir uns aber in ihren Eigenschaften nähern, dann wo ist der Unterschied? Warum soll Allah uns anders behandeln? Man hört heute von manchen, der sagt dir, aber ich glaube doch an Allah. Dann fragst du ihn das, er sagt dir, warum sollen wir daran glauben? Und das, warum sollen wir daran glauben? Was bleibt dann übrig von dem, was du gesagt hast? Ich glaube an Allah. Sondern vielmehr ist unsere Akida, liebe Geschwister, dass wenn wir sagen, wir glauben an Allah, dann kommt der Beweis für diesen Glauben. Das ist ja nicht nur so, dass wir sagen, wir glauben und dann war es das. Nein, der Beweis ist durch unsere Taten und durch unsere Handlungen und wie wir auch mit den Menschen umgehen und so weiter und so fort. Das ist der Beweis. Und daher sollten wir verstehen, Allah azza wa jal, was macht er? Er muss manchmal einen Schicksalsschlag passieren lassen, subhanahu wa ta'ala. Auch wenn das für uns hart aussieht, wir sehen die Bilder, möge Allah subhanahu wa ta'ala uns helfen und möge Allah azza wa jal unseren Geschwistern helfen, wir sehen die Bilder, auch wenn das hart für uns aussieht, darin ist eine Barmherzigkeit. Welche Barmherzigkeit? La'allahum yarji'un, damit sie zurückkehren. Eine Erinnerung. Dong, Dong, du hast einen Herrn. Jetzt rufst du ihn. Warum nur jetzt? Wie viele Leute mussten erst eine Krankheit erleiden, damit sie zum Wege Allahs zurückgekehrt sind? Wie viele Leute mussten erst einen Autounfall machen, damit sie zum Wege Allahs zurückgekehrt sind? Wie viele Leute mussten ihre Häuser verlieren oder ihr Vermögen verlieren, damit sie zu Allah zurückkehren? So ist der Mensch. Nicht, weil Allah azza wa jal sagt, kalla inna al-insana la yattu'a arra'ahu starna. Aber nein, der Mensch, er überschreitet die Grenzen, wenn er sich als unbedürftig sieht. Solange er denkt, dass er niemanden braucht, dann schau, wie seine Beziehung zu Allah azza wa jal ist. Deswegen muss er manchmal an der Nase gezogen werden, damit er wieder zurückkehrt zum Wege Allahs subhanahu wa ta'ala. Und dann möchte ich euch ein Hadith nennen, den manche von euch zum ersten Mal hören, liebe Geschwister, ein Hadith, der uns die tatsächliche Barmherzigkeit Allahs auch in seiner Strafe beweist. Und diese Überlieferung ist bei Abu Dawood. Und Sheikh al-Albani hat sie als Sahih klassifiziert. So sagte der Gesandte, sallallahu alayhi wa sallam, in dem Abu Musa al-Ash'ari dieses von ihm berichtete. Er sagte, Er sagte, diese meine Ummah ist eine Ummah, eine Gemeinschaft, der Barmherzigkeit zuteil wird. Der was? Der Barmherzigkeit zuteil wird. Sie wird im Jenseits, diese Ummah, die Muslime, sie werden dort nicht ihre Strafe bekommen. Warum? Hören wir gleich. Sie werden nicht im Jenseits bestraft werden. Das heißt, sprich, Höllenfeuer. Und vielmehr, nur vielmehr ist ihre Strafe in der Dunya durch Fittern, die passieren, Versuchungen, durch Erdbeben und durch Mord. Das bedeutet, Allah azawajal zeigt uns hier seine immense Barmherzigkeit subhanahu wa ta'ala auf. Und hier sollten die sündigen Diener besonders zuhören. Schaut mal, subhanallah, wie Allah azawajal barmherzig ist mit uns und wir sind alle Sünder. Möge Allah azawajal uns von diesen Sünden befreien und möge Allah azawajal uns vergeben. Diese Ummah, sagt der Prophet, ist eine Ummah, der Barmherzigkeit zuteil sein wird. Denn sie bekommt nicht ihre Strafe im Jenseits, sondern vielmehr im Diesseits, durch Versuchungen, durch Erdbeben und durch Al-Kattel, durch den Mord oder das Töte. Was lernen wir aus dieser Überlieferung? Wenn es diese Versuchung nicht geben würde, diese Fittern und die Erdbeben und die Morde, die geschehen, und da passiert viel Unrecht bei den Morden, was wäre dann? Der Prophet, sallallahu alaihi wa sallam, hat uns das gesagt. Dann wären wir Leute, die im Jenseits bestraft werden würden. Aber nein, Allah möchte uns nicht im Jenseits bestrafen, also legt er unsere Strafe in der Dunya fest. Warum? Damit wir nicht in der Akhira bestraft werden. Denn in einer authentischen Überlieferung bei Imam Muslim sagte der Prophet, sallallahu alaihi wa sallam, die Strafe in der Dunya ist leichter als die Strafe in der Akhira. Die Strafe in der Dunya ist leichter als die Strafe in der Akhira. Jetzt weißt du, warum Allah subhanahu wa ta'ala für uns nicht die Strafe im Jenseits vorsieht, weil sie viel härter ist, möge Allah uns und euch davor bewahren, sondern vielmehr bestraft Allah uns in der Dunya. Wie? Indem er genau so was passieren lässt, wie auch Erdbeben. Das passiert auch durch unsere Sünden, wir kommen gleich dazu. Und durch Mord, der passiert. Und wir haben eine Zeit erreicht und das ist von Alamat des Sa'ah, von den Zeichen der Stunde. Derjenige, der getötet wird, weiß nicht, warum er getötet wird und derjenige, der ihn getötet hat, weiß nicht, warum er ihn getötet hat. Diese Zeit haben wir schon lange erreicht, liebe Geschwister. Schaut mal, wie viele Kriege es gibt. Man weiß gar nicht, warum tötet der und warum wird der getötet? Aber letztendlich, auch dass jemand getötet wird oder dass jemand ein Erdbeben erleidet oder dass jemand Fitteren erleidet, das ist nur dafür, damit er nicht im Jenseits bestraft wird. Und ganz im Ernst, stell dir vor, du warst 20 Jahre nachlässig gegenüber deinem Herrn. Okay, du glaubst an ihn, du bestätigst ihn und ab und zu hast du etwas von den guten Taten gemacht, aber oft nicht. Ich frage diese Person, möchtest du, dass Allah dich in der Dunya schon reinigt von deinen Sünden? Abu'l-Bara, ich bin gut zu den Menschen, ich habe ein gutes Herz. Gut, ich bete nicht. Wallahi, du hast kein gutes Herz. Das ist schlimmer, diese Sünde, als wenn du sogar Alkohol trinken würdest und das ist unter den Gelehrten eine Stimme. Das ist schlimmer, dass du nicht betest, als dass du Alkohol trinken würdest oder das weißt nicht, dass du es machen sollst, oder dass du Sinner machst oder dass du klaust. Das Nichtbeten ist gewaltiger als diese Sünden, die ich dir gerade aufgezählt habe. Auch wenn du es nicht glaubst, das ist eine Stimme unter den Gelehrten, wie Ibn Al-Qayyim sagte. Deswegen ist die Sache so, warum beschwerst du dich? Solange die Strafe in der Dunya ist, wird Allah dich hier schon reinigen, bevor er es im Jenseits macht. Wollen wir die Strafen in der Dunya mit den Strafen in der Akhirah vergleichen? Welcher Vergleich soll das sein? Welcher Vergleich soll das sein? Das ist ein Vergleich, der nur ein Jahil zieht bei Allah, derjenige, der etwas vom Wissen von Allah subhanahu wa ta'ala bekommen hat. Er wird sagen, lieber soll diese Person, der 20 Jahre nachlässig war, der viele Gebete nicht gemacht hat, der oft im Ramadan nachlässig gefastet hat, der manchmal seine Zakah gegeben hat und manchmal nicht und viele Sünden gemacht hat. Er soll hier in der Dunya bestraft werden. Warum? Damit er nicht in der Akhirah diese Strafe bekommt. Und in einer Überlieferung bei Talmudhi sagte der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er sagte, اذا اراد الله بِعَبْدِهِ الْخَيْرَ عَجَّلَ لَهُ الْعُقُوبَ في الدُنْيَا Wenn Allah subhanahu wa ta'ala für seinen Diener das Gute möchte, dann beschleunigt er ihm die Strafe in der Dunya. Subhanallah. Man könnte hier sagen, wie Allah will für ihn was Gutes und deswegen beschleunigt er ihm die Strafe in der Dunya. Haben wir doch schon gelernt, damit sie nicht im Jenseits bestraft werden. Damit sie nicht im Jenseits bestraft werden. Und ich möchte es nicht zu lang machen, liebe Geschwister, möge Allah uns und euch segnen und uns vor allem übel bewahren, aber tatsächlich ist es so, unsere Geschwister sind nicht immer sündenfrei und schuldfrei und sie sind nicht immer diejenigen, denen Unrecht angetan wird. Nein, oft sind sie es, die Unrecht machen. Sie sind es, die Unrecht machen. Allah sagt, Allah ist nicht ungerecht zu den Menschen. Vielmehr sind sie zu sich selber ungerecht. Und daher dürfen wir nicht gegenüber Allah eine schlechte Einstellung bekommen. Wenn er uns durch so eine Strafe prüft, natürlich, ob es eine Strafe oder sonstiges ist, das wissen es bei Allah aber wir haben allgemeine Beweistexte. Wir werden auch gleich ein konkretes Beispiel hören. Dieses soll uns nicht dazu bringen, dass wir schlecht über Allah denken. Denn wie wir gesagt haben, Allahs Weisheit bei diesen Prüfungen ist, dass diese Leute zurückkehren. Und ich gebe dir ein ganz einfaches Beispiel. Eine Person, der einer Operation unterzogen wird, du als Außenstehender siehst, sein Körper wird geöffnet, es wird geklebt, es wird dieses und jenes gemacht. Von außen sieht das brutal aus. Aber liegt in der Operation nicht eine Heilung? Das ist das Entscheidende, das müssen wir verstehen. Wir können nicht aus unserer Sicht argumentieren. Nein, Allah hat bei jeder Sache seine Weisheit. Und wenn Allah etwas will, dann macht er es. Und keiner darf ihn hier fragen, warum dieses und warum jenes. Allah sagt im Koran, Allah wird nicht gefragt nach dem, was er tut. Sie aber, die Diener werden befragt werden. Daher ändere niemals deine Einstellung zu Allah und wisse, selbst in der Strafe manchmal einem Diener gegenüber, ja, und wir reden jetzt über Muslime, selbst in der Strafe einem Diener gegenüber, in dieser Strafe liegt Barmherzigkeit von Allah, damit dieser Diener erstmal zurückkehrt zum Weg und damit dieser Diener auch nicht im Jenseits bestraft wird, sondern hier soll er schon seine Strafe bekommen. Allah reinigt ihn auf dieser Erde, bevor diese Seele zu Allah zurückkehrt. Allah möchte, dass diese Seele nur zufrieden zu Allah zurückkehrt und sündenfrei zu Allah zurückkehrt. Deswegen verursacht Allah dieses und jenes Unglück. Wir haben gesagt, wir werden ein Beispiel geben. Gab es in der Zeit vom Propheten Erdbeben? Nein. Alle Überlieferungen diesbezüglich sind nicht authentisch. Aber wie Ibn Abishayba berichtete und diese Überlieferung ist in seinem Musannaf, er sagte über die Überlieferung zulzült zu in der Zeit wo Umar khalif gewesen ist in dieser Zeit bäbte die Erde so sagte er dieses Erdbeben ist nur deswegen entstanden hat sich nur deswegen ereignet für Sachen die ihr gemacht habt das heißt für eure Sünden dann schwor er bei dem in dessen Hand meine Seele liegt wenn die Erde nochmals beben sollte werde ich euch verlassen und nicht mehr zwischen euch leben weil ihr seid die Sünder und ich soll eure Strafen abbekommen und über andere Salaf wurde ähnliches berichtet wie dieses und daher liebe Geschwister ist die Angelegenheit so dass wir sagen Alhamdulillah auch in der Strafe liegt Barmherzigkeit Allah S.W. warum ich möchte euch noch eine Überlieferung nennen bevor ich euch dazu motivieren möchte wie ihr helfen könnt derjenige der unter den Trümmern stirbt ist ein Schahid bei Allah ein Märtyrer Allahu Akbar Eines Tages hat der Prophet S.W. den Sahaba R.A. erklärt dass der Märtyrer nicht derjenige ist der für sein Mut kämpft oder Nationalstolz oder sonstiges kämpft der Märtyrer ist einzig nur alleine derjenige der kämpft auf dem Wege Allahs um das Wort Allahs oben zu halten dann sagten die Sahaba aber dann wird es wenig Märtyrer geben es gibt nicht so viele und Subhanallah dann gibt es zwei Überlieferungen wir wollen eine davon studieren die Überlieferung ist bei Al-Bukhari Muslim von Abu Huraira R.A. dieser sagte anna Rasulallah S.W. der Gesandte S.W. sagte und jetzt zählt er auf welche anderen Märtyrer es gibt außer diejenigen die auf dem Weg Allahs Azzawajal fallen er sagte die Märtyrer sind fünf es gibt noch eine andere Überlieferung mit sieben Al-Mat'un derjenige der an der Pest stirbt Wal-Mabitun und derjenige der an einer Bauchkrankheit stirbt Wal-Gharik derjenige der beim Ertrinken stirbt Was-Sahib-Al-Hadim und derjenige der von Trümmern erschlagen wird Was-Shahidu Fisabilillah und derjenige der auf dem Weg Allahs Azzawajal kämpft diese sind alle Märtyrer Abul-Bara heißt das jetzt dass wenn jemand unter diesen Trümmern gewesen ist gestorben ist und viele sind das ihr wisst die ganzen Häuser sind zusammengebrochen Möge Allahs Azzawajal uns vor allem übel bewahren Allahumma Amin Dieser stirbt als Schahid 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 So hat der Prophet Sallallahu Alihi Wasallam über denjenigen dieses berichtet der unter den Trümmern liegt Also bist du traurig über einen Schahid dessen Sünden Allah hier nochmal gereinigt hat bevor dieser Mensch zu Allah zurückkehrt und der wenn er auch in einigen Teilen nachlässig war sündig war von Allah subhanahu wa ta'ala seine Strafe hier schon bekommen hat seine Prüfung hier schon bekommen hat bist du traurig über so eine Person dass er als Schahid gestorben ist und daher will ich euch dazu aufrufen liebe Geschwister und wir kommen jetzt zum dritten Teil wie können wir helfen ich will euch nur dazu aufrufen dass wir niemals ein falsches Denken über Allah haben denn die Atheisten und ihres gleichen versuchen das die sagen dir wenn es Leid gibt und Kriege gibt dann gibt es auch keinen Ila keinen Gott und das zeigt dass diese Leute nicht tatsächlich ihren Verstand benutzt haben ja nee dann könnten wir genauso sagen weil Leute Allah nicht anbeten gibt es keinen Allah der wird so etwas sagen dass Leute nicht Allah anbeten das ist ihr Versäumnis und ihr Verhängnis aber deswegen gibt es trotzdem Allah er hat diese Menschen erschafft und wir sehen trotzdem viele dienen Allah aber dass man sagt würde es Gott geben würde es keine Kriege geben dann könnten wir sagen würden die Leute wenn die Leute Allah nicht anbeten dann gibt es auch keinen Gott und daher versteht was diese Leute letztendlich wollen liebe Geschwister wir kommen zum dritten Teil und zwar dass wir Alhamdulillah euch auch reingepostet haben wo ihr spenden könnt und zwar ist das die Organisation von unserem Bruder Nail bin Radhan möge Allah ihn segnen das ist der Güteverein und dort werden Spenden gesammelt für Türkei und Syrien für Türkei und Syrien und daher liebe Geschwister könnt ihr diesen Link anklicken und ihr könnt auch dort auch eure Spenden machen ihr könnt dort auch eure Spenden machen und nicht nur dieser Verein wenn ihr auch andere gute kennt kein Problem seht aber nur zu dass es vertrauenswürdige Geschwister sind warum weil wir kennen das schon im Laufe der Jahre dass manche Leute möge Allah uns bewahren vor solchen Herzen dass sie solche Situation ausnutzen um Geld in ihre eigene Tasche herein zu stecken und dieses natürlich werden wir nicht unterstützen sondern das ist ein Link aber wenn ihr auch andere vertrauenswürdige Geschwister kennt dann ich denke auch viele haben Verwandte unten und sonstiges dann findet man immer Möglichkeiten wie man dort helfen kann zudem noch das werde ich danach reinposten bitte sehr wichtig wer Sachspenden abgeben möchte sprich Kleidung sprich Schuhe und so weiter und so fort auch Hygiene Artikel dieses alles könnt ihr zum Beispiel hier in Berlin an drei Orten machen ich werde das das Bild dann reinposten bei uns auf der Seite auf der Facebook Seite und auch auf der YouTube Seite da könnt ihr dann sehen wo ihr dann eure Sachspenden abgibt Das ist was wir machen können und sowieso viel Dua Möge Allah unseren Geschwistern helfen Möge Allah niemals ihnen eine andere Einstellung gegenüber Allah geben außer eine gute Einstellung Möge unseren Geschwistern dieses Anlass dafür